Hey Leute, Nippon-Teckel wünscht euch frohe Ostern und passend zum Anlass gibt es wieder eine schöne Aktion. Noch bis zum 2. April 2024 bekommst du bei uns im Shop bis zu 30% Rabatt auf über 220 Forellenartikel. Wie zum Beispiel Spoons, Forellenwobbler, Forellenruten, Einzelhaken, Schnüre, Taschen und vieles mehr. Außerdem gibt es wieder unsere Oster-Ü-Boxen mit Softbaits, Hardbaits, Metallködern und mindestens einer Köderneuheit, die so in unserem Shop noch nicht online ist. Das alles hauen wir zum Haltenpreis raus. Du bekommst die Boxen also mit rund 50% Rabatt gegenüber der UVP. Unsere Aktion läuft nur 6 Tage. Also schnapp dir die passenden Köder für den Start in den Frühling. Wir sehen uns im Shop. Bis gleich. Bis gleich.